In der Schwimmschule, die ich besucht habe, gab es einen Jungen. Er ist immer ganz allein geschwommen. Ich habe ihn schon seit einer ganzen Weile nicht mehr gesehen. Was ist da mit euch beiden los? Habt ihr euch gestritten oder so? Hikoya, warte! Ich vermitte mich, dass es so weit kommt. Io, wenn du dich irgendwie komisch freuen lässt, sehen wir das? Das bemerkst du erst jetzt. Ich bin doch immer so. Willst du meiner Basketballer die Beiträge? Hikoya, kommst du mit zum Karaoke? Makoto, ich habe gehört, du duellierst dich. Ich habe meine wahren Gefühle überspielt. Ich was vergesse, ich. Wie, Taruka nimmt am Prager-Schwenk teil? Wo es erledigt sich eben jeder einzelne von uns weiter? Wartest du jetzt? Ach, Quatsch. Das findest du blöd? Nein, das stimmt überhaupt nicht. Obwohl die kleine Mary und Frau immer an der Seite des Prinzen war, der Prinz merkt sie nicht. Es geht nicht um Schwimmen, sondern um Ikon. Ich finde, du solltest ihm ein bisschen mehr vertrauen. Denk Jan, du musst das alles alleine schaffen. Du bist überhaupt nicht allein. Io! Ich glaube, langsam verstehe ich sie. Haruka. Und auch Ikoya. Na komm. Wir euch. Wir hätten das gleich am Anfang getan, oder? Du besuchst ihn ja heute schon wieder. Danke. Auch dafür, dass Ikoya gerettet wird. Ich muss dann langsam wieder los. Du hast die ganze Zeit auf ihn aufgepasst. Tut mir leid, dass ich dich darum gebeten habe. Ist schon gut. Ich war so blöd und habe immer nur eine Seite von Ikoya betrachtet. Gerät. Da gab es dir nicht noch Farb. Wir waren nicht. Vielen Dank.